Willkommen zurück auf meiner Ranch! Ich bin beim Tiere füttern, weil die Kühe brauchen ja wieder eine volle Ladung Silage, damit sie glücklich in den nächsten Monat kommen. So, und ansonsten haben wir nicht mehr viel zu tun. Johnny? Ja. Ah, Johnny Unkraut noch eine Runde. Wissen wir noch nicht fertig? Wird ein Tier. Na gut, er wird jetzt aber fertig. So. Ja, und danach sind wir durch. Die Kühe sollten jetzt glücklich sein. Ja, sind sie. Die Schafe sind glücklich und die Hühner sind es auch. So, und die Fremdaufträge haben wir gesagt. Genau. Das reicht. Das reicht. Und ihr seid alle glücklich. Gut. Du bist glücklich und du hast noch 4.000 Liter. Das wird zwar nicht in den nächsten Monat reichen, aber... Oh, warte mal. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich nicht doch gleich mal auftanken. So. Dann ist das Thema nämlich auch durch. Und Autodrive heult nicht mehr. So. Dann ist das Thema, wie sie... Wo bin ich da jetzt entgegengekommen? Stopp mal. Ich hab noch eine falsche Tasse gedrückt. Okay. Error, Lua, ja. Aha. Das sieht aber nicht gut aus. Seabails macht Lua Fehler. Attempt to index und war... Okay, Seabails. Alles Seabails. Okay, fliegt raus. So. Ja, eigentlich wollte ich auch auf Tab drücken. Weil hier habe ich ja noch einen, der nach Hause fahren will. Genau. So. Du stehst hier gut. Du stehst auch gut. Und du bist... Fertig. Ja, typisch. So. Ja. Du bist fertig. Okay. Du musst repariert werden. Alles klar. Ja, da sind wir soweit durch. Ab in den nächsten Monat. Oh, warte mal. Jetzt muss ich erstmal hier für Ordnung sorgen. So. Dann vergesse ich jedes Mal den Kurs zu löschen. Und dann habe ich, wenn ich mir so fällt, angucke da, 20 Kurs drauf. So. Wo kann ich die jetzt hier abstellen? Ja, mach was hier hinten. So. So. Jött. Hast. Gut. Ach so. Warte mal. So. Dich stelle ich wieder dahin, wo ich dich hergeholt habe. Nehme ich hier drunter. Aber ich wollte ja noch gucken, ob der Silagehanse genug hat. Ja. Silage hat er, Heu hat er, Stroh hat er, Mischration hat er. Gut. Alle glücklich. So. Der glücklich, der glücklich, der glücklich. Oh, düngen muss ich noch. Du. Und reparieren wollte ich noch. Dünger war da hinten. Dann werde ich jetzt noch schnell beides machen. Düngen und reparieren. Genau. Ding Dong. Freut mich. So. 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 Okay. Reparieren. Ist durch. Reicht der Dünger? Ah, ich fülle lieber auf. Sicher ist sicher. Und so groß ist der Umweg nicht. Danke. Oh, hier muss ich auch noch. Ja, muss er schauen, dass ich mir mal aufs Gid-Zeit nehme und hier den Boden angleiche. So. Dann fahr mal. Ja, das mache ich schnell selber. Dann ist es durch. Brauche ich mir da kein Kopf mehr drum machen. Dann fahr mal wieder einmal rüber. Danke. Ich lerne noch nie. Ja, ich fahr mal wieder einmal rüber. So. Gut. So. Und jetzt noch. Hier. Ist es jetzt Schatten oder düngt er damit Schatten? Gut. Ja, da düng ich nämlich gleich ein bisschen außen rum. Vielleicht hilft das ja. So. Na bitte. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal wieder eine schöne Grasernte haben. Oh, hier haben wir ihn noch. Dann werden wir Gras ernten. Gut. Das war's. Feierabend. Ich würde sagen, wir sind mit allem durch. Das heißt... Gute Nacht. Gute Nacht. Und guten Morgen. November. So. Unser Gras sollte jetzt erntereif sein. Und zwar richtig erntereif. Und unsere Tiere. Den Hühnern geht's gut. Die brauchen wieder Futter. Ah, die Kühe. Den Kühen geht's gut. Die brauchen Stroh, Futter. Ja. Okay. Okay. Es geht allen gut. So. Ich werde die Grasernte machen. Das bedeutet... Nein. Nein. Ja. Mal gucken. Haben wir denn noch den... Oder haben wir denn schon den Kurs drinnen? Mann auf... Mann auf... Nein. Ist ja falsche. Acht Meter fünfzig bist du. Okay, pass auf mein Freund. Jetzt... Ah... Hä? Ich hab doch gerade gesagt, kurz das Fahrzeug löschen. Ach so, okay. Okay. Also. Wir machen das so wie auf die Kursen hier oben. Job erstellen. Feldarbeit. Zielposition. Feld C. D... So. Genau. Arbeitsbreite vier Meter fünfzig. Fahrzeug einer. Mit zwei Vorgewendeten. Gegen den Uhrzeigersinn. Und scharfe Kurven. Scharf. So. Alles klar. So. So. Du fährst. Zu Feld C. Ähm... Übergibst dort. Und hast Spaß. Ich werde das nämlich wieder getrennt machen. Aha. Wollte schon sagen. Und jetzt brauche ich einen Trecker. Und jetzt brauche ich einen Trecker. So. Genau. Du fährst zu Feld C. Du wirst dort den Meer abtanken. Und bringst das Ganze bitte erstmal ins Hauptsilo. Ja. Du bringst das ins Hauptsilo. Du bist angekommen bei Feld C. Und kannst natürlich jetzt nicht ernten, weil hier ein Trecker fehlt. Und gucke mal, wer hier kommt. Ja, klar. Warum auch, äh... Wege benutzen? Ich meine, guck mal. Da habt ihr den Weg angemalt. Dann fährst du noch Feld C. Warte mal, warte mal, warte mal. Es gab doch Probleme damit. Das hatte doch... Genau. Es gab keinen Kurs, weil das ja der Vanilla gemacht hatte. Stimmt. Warte mal, stopp. Stimmt. Da war ja was. Ja, jetzt musst du wegfahren hier. Ha. Sag mal. Wirst du mir wohl aus dem Weg gehen? So, reingelegt. Na, was machst du jetzt, Freundchen? Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Komm. Folge mir. Oh, doch, da muss ich einfach Vorgewende fahren. Eigentlich hätte ich mir hier das Vorgewende sparen können. Komm, folge mir einfach. Ich spiel mir runter, weil hier oben darf ich nicht mähen. Oh, ich dachte, ich kann hier auch mähen. Das ist Mist. Das ist Mist. Das ist Mist. Na gut. Dann fahre ich jetzt hier drüben noch schnell den Vorgewende ein. Und dann macht das, ähm, der normale Helfer. Ja, komm, Johnny. Lenken. Lenken. He, 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 he. So. Okay. Stop. Hopp. Na. Jetzt überlegt er. Da hin musste. Johnny, ich warte auf dich. Na? Was ist? Genau. Nochmal anfahren. Du fährst natürlich in den Graben. Sag bloß, das schaffst du nicht. Ach, Johnny. Drüben hatte doch so gut geklappt letztes Mal. So. Gut. Und ich möchte jetzt, dass ihr mir das Feld pflügt. klar. Äh, nicht pflügt. Erntet. Feld ernten wäre eine gute Idee. so. Ich springe mal den anderen rüber. Genau. Alles klar. Da kann ich jetzt gleich mal schauen bei den Fremdaufträgen. Dir fehlen Güter. Da kann ich dich deaktivieren. Mischration. Dir fehlt Silage, dann wirst du erstmal deaktiviert. Ich bringe hier dann Silage rüber. Aber wir haben jetzt 36.000. Das ist klar. Ihr seid immer noch top. Und ihr seid top. Ich habe kein Saatgut mehr. Moment. Dann aktivieren wir mal das Saatgut. Und hier, wo haben wir gesagt. Ja gut. Aha. Jetzt kriegt das hin. Genau. So haben wir das ja letztes Mal auch gemacht. Dass der dann nach einer Weile mitkriegt, ähm, dass er unerwünscht ist und gefällig ist. bei Fuß zu laufen hat. Sehr gut, Johnny. Gut. Würde ich sagen, sind wir durch. So. Ich wollte auch nach Fremdaufträgen gucken. 3.000 und 4.000. Die 4.000 nehme ich mindestens mit. Okay. Dann werden wir in der nächsten Folge. Die Kühe füttern. Und die Hühner. Das ist ja nicht das Problem. Wir kriegen nämlich die Hühner nochmal eine volle Dröhnung. Und der Rest, ähm, ja wobei, den Rest sollte ich nicht vermahlen. Weil ich weiß nicht. Warte mal. Wann war eine Ernte? Vom Weizen. Im Juli. Ja gut. Überredet. Ach so. Haben wir schon gar nicht mehr. Okay. Haben wir schon gar nicht mehr. Ah, Mist, 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 Mist. Okay. gut dann sind wir durch ich fahre jetzt im hühnerstall in der nächsten folge machen wir dann dieselage und verteilen den mist oder war ich verteile gleich den mist weil das ist wieder so eine elende arbeit die mussten nicht unbedingt im screen video machen so deshalb sage ich von hier aus ich danke fürs zuschauen macht's gut bis zum nächsten mal genießt den tag und vor allem see you later